Es ist soweit, zeig dein Projekt, die Aktion zum 5-Jahre-Jubiläum. Tja, ein bisschen verspätet, eigentlich hätte es im Dezember kommen sollen, ich bin nicht dazugekommen, jetzt ist es halt im Jänner soweit. Zuerst gilt einmal der Dank an alljenigen, die wirklich mitgemacht haben und da sind einige dabei, die haben sich ja wirklich Mühe gegeben. Die haben ja so einen Text mit dazugegeben zu den Bildern, also da habe ich einiges zum Lesen und Bearbeiten gehabt. Aber schön, es haben einige mitgemacht und in dem Video, wir schauen uns jetzt hier einfach mal eure Projekte an. Ich habe auch am Blog dazu wieder einen Artikel, da könnt ihr dann die Projekte nochmal in Ruhe durchlesen, auch die Texte, die hier dazugekommen sind, wo ja so eine Beschreibung dabei ist und die ganzen Fotos. Der Link dazu befindet sich wie immer in der Videobeschreibung und am Ende gibt es noch ein kleines Gewinnspiel. Ich würde aber jetzt sagen, Film ab! Der schnellste war sicher der Manuel, der hier sein Projekt eingereicht hat. Das war das erste Projekt und ich mache hier mal ein Foto auf, es ist nur ein Foto gekommen zu dem Thema. Und das ganze Projekt nennt sich FOSA Ground Station. Und ihr seht schon, das ist ein TTGO-Board und wir haben auch hier wieder eine LoRa-Antenne. Ich glaube aber, das ist jetzt nicht für 868 MHz, sondern für 433 MHz, also für 70 cm Band. Und was kann man jetzt mit dem machen? Man kann hier Signale von Satelliten dekodieren. Es gibt da so LoRa-Satelliten, das sind so kleine Cube-Sats, also wirklich so wie ein Würfel. Und die fliegen halt hier im Orbit herum und senden dann Daten aus. Und er hat halt hier jetzt dafür diesen Decoder. Ich glaube, der erste Satellit ist hier irgendwie defekt gegangen oder was. Jetzt gibt es noch zwei weitere. Ob die jetzt schon aktiv sind oder nicht, das weiß ich jetzt nicht. Und es sollte da auch Satelliten geben, die dann Bilder übertragen, wo man das Ganze dann hier über so ein Board empfangen kann. Ich würde aber sagen, es ist besser, ihr schaut hier mal bei Manuel seinen YouTube-Kanal vorbei. Und der kann euch hier das Ganze sicher besser erklären als ich. Er hat auch zu dem Thema ein sehr langes Video gemacht. Und da geht es genau um dieses Thema. Also wen das interessiert, schaut unbedingt hier mal vorbei. Er hat auch noch viele andere spannende Sachen. Der Hintergrund lässt schon ahnen, dass es sich hier um einen Funkamateur handelt. Und genauso ist auch das Programm von ihm. Hier hat er zum Beispiel auch mit Wettersonden einiges zu tun. Und das sind halt so die Themen. Und Lora gehört halt da auch dazu. Auch wieder einmal ein Beweis, wie gut eigentlich Lora funktioniert. Wenn man denkt, so ein Satellit, der ist schon ein paar Kilometer weg. Und mit so wenig Energie, das funktioniert. Und ja, das ist halt das Projekt von Manuel. Das nächste Projekt kommt von Michael. Und da geht es um so eine Hausautomatisierung. Also eigentlich um ein Smart Home. Und wir schauen hier gleich mal rein in die Bilder. Und das Ganze, was er hier hat, wird mit einem Raspberry Pi gesteuert. Und da kann er dann über MQTT und ich glaube, die App heißt OpenHap 2. Das ist so eine App, wo er dann halt die Geräte hinzufügen kann oder generell so Steuerungen mit der App durchführen kann. Eine sehr, sehr nette Sache. Und er hat auch hier irgendwo ein Funkmodul verbaut, wo er dann so Funk, Rauchmelder und Temperatursensoren und so empfangen kann. Und die größte Hürde oder der größte Aufwand war hier seine Platine, die er hat. Und da sind jetzt so Bord-Expander drauf. Das heißt, einfach eine Vervielfachung von diesen GPIO-Bins. Ich denke mal, das wird jetzt hier irgendwie seriell kommunizieren. Und da hat er auf jeden Fall die Möglichkeit, dann jede Menge Input und Outputs hier über diesen Raspberry Pi zu schalten. Und das Ganze auch auf 24 Volt Basis. Das ist schon so wie Industriestandard. Das finde ich auch sehr praktisch. Und das ist so jetzt sein Projekt. Und was er mir noch gezeigt hat oder was er mir mitgeteilt hat, ist das Ziel. Also er möchte jetzt hier die Lora-Wetterstation von mir nachbauen. Und möchte dann hier die Wetterdaten integrieren in sein Smart Home. So, dass dann auch zum Beispiel die Temperatursteuerung von der Heizung und so effizienter arbeitet. Und hier haben wir, glaube ich, auch noch ein Bild. So sieht das von außen aus. Also hier sehen wir schon jede Menge Kabel, die da rausgehen. Und ja, auch wieder eine Platine, die jetzt hier selbst gefertigt ist. Da kommt aber noch einiges auf euch zu. Das haben einige gemacht. Aber finde ich eine sehr klasse Sache. Das nächste spannende Projekt, was gekommen ist, und das finde ich richtig cool, das ist ein Honigautomat. Und der Christian hat sich hier einen eigenen Honigautomat gebaut, basierend auf einem Arduino. Der ist Imker hier vom Beruf. Und der verkauft jetzt hier automatisiert seinen Honig. Hier einen Münzeinwurf. Dann kann man sich hier den Honig oder das Produkt auswählen. Und dann kommt das hier vorne raus. Und wie er das Ganze realisiert hat, das ist genial. Da hat er zum Beispiel hier mal aus Akkubohrmaschinen diesen Motor ausgebaut. Die funktionieren ja so mit 12 bis 20 Volt in dem Bereich. Und hier hat er seinen Arduino drunter. Die Relais für die Controller, Netzteile. Und das Ganze auch sehr mechanisch alles gesteuert. Wird hier überwacht mit kapazitiven Sensoren. So, dass auch hier wirklich sichergestellt ist, dass hier vorne ein Produkt rauskommt. Und ja, auch hier wieder Sensoren. Das Ganze sieht auch von der Rückseite so aus. Das heißt, er hat hier diese Honiggläser lagernd. Und wenn dann vorne der Münzeinwurf aktiviert wird, ich denke mal, der wird da wahrscheinlich eine Prüffunktion oder was drinnen haben. Und sobald hier die entsprechende Summe vorhanden ist, dreht hier der Motor oder hier ist noch ein Motor, dreht der halt hier an und transportiert ein Glas nach vorne. Und das Ganze wird dann hier mit diesen Sensoren überwacht. Finde ich persönlich wirklich ein sehr cooles Projekt. Hier ist das Display. Das hier ist der Münzeinwurf. Mit sowas habe ich überhaupt noch nie was zu tun gehabt. Das wäre jetzt interessant, wie der funktioniert. Aber ich denke mal, der hat hier eine Prüffunktion eingebaut. Aha, und das Geld, das geht hier rein in den Behälter. Das heißt, Wechselgeld gibt es keines. Aber das ist ja auch nicht notwendig, denke ich mal. Jedenfalls hat der Christian mir hier mitgeteilt, dass das Ganze schon seit zwei Jahren störungsfrei funktioniert. Und ja, als Hobby mäßig hat er das halt hier so zusammengebaut. Finde ich ein sehr spannendes, vor allem sehr nützliches, cooles Projekt. Und ist auch sicher immer ein Hingucker, wenn hier jemand jetzt irgendwo den Honig kaufen geht. Haben wir hier noch ein paar Bilder, ja. So sieht die Ausgabe aus. Genau, und das war es wieder hier von vorne. Also eine richtig coole und praktische Sache, die man jetzt hier so mit einem Arduino, mit ein paar Sensoren und einem Bohrmaschinenmotor, also wirklich aus allen möglichen Teilen, die man leicht bekommt, zusammenbauen kann. Das nächste Projekt kommt von Andreas. Und das nennt sich Touch51 und das ist so ein Pager-Tester. Ich mache hier gleich mal ein Bild auf, wie das aussieht. Und das ist jetzt wirklich ein Projekt, wo man schon einige Jahre dran arbeitet. Also das baut man jetzt nicht mal so über Nacht. Und der Andreas hat das Ganze auch hier sehr schön beschriftet. Wir schauen uns das jetzt hier einfach einmal in Ruhe an. Er hat aber, muss ich auch gleich dazu sagen, wirklich so viel Text mitgebracht. Und da ist wirklich schon, kann man sagen, fast ein eigener Artikel entstanden. Und der hat auch hier sehr viel erzählt, wie er das gemacht hat. Das könnt ihr euch dann alles am Blog anschauen. Jedenfalls, wir haben hier oben Antennen. Eine Dummy Load für die WLAN-Antenne, SMA-Buchse. Ja, sieht auf den ersten Blick mal aus, wie so ein Funkgerät ist es ja eigentlich auch. Und für alle, die jetzt nicht wissen, was so ein Pager ist, das ist das, was zum Beispiel die Feuerwehrleute oder so haben, wo man dann gewisse Leute rufen kann im Einsatz. Und dann klingelt es halt. Und die wissen, okay, jetzt ist Einsatz und so. Und solche Sachen, da kann er halt hier so Testnachrichten aussenden und so. Und hat hier ein paar Lautsprecher, Status-LEDs, Uhrzeit, Akku-Anzeige. Also alleine jetzt hier schon mal so ein Interface zu bauen, das braucht schon einiges an Zeit. Und finde ich jetzt hier von der Form her recht gut gebaut und vor allem auch sehr gut durchdacht mit diesem Touch-Display und so. Und es wird in der Größe, könnt ihr mir vorstellen, das wird schon so, ich glaube, da braucht man schon ein bisschen eine größere Hand. Hier nochmal das Display-Interface. Das ist jetzt so ein Programm. Das wird er wahrscheinlich selbst programmiert haben. Und da kann er jetzt hier so eine Nachricht aussenden. Das ist die Frontblende mit dem Display. Die LED kommen hier über Lichtleiter. Ja, und das ist die Platine. Und hier natürlich selbst geplant alles, ist eh klar. Da gibt es nichts Fertiges mehr. Und ich lasse das hier mal offen. Ihr könnt ja pausieren, dann könnt ihr euch das in Ruhe mal anschauen. Auf jeden Fall, er hat hier RTC, I2C-Erweiterungen. Hier haben wir einen SD-Karten-Slot, USB. Hier hängt das Display dran. SI4463, ja, das ist so ein Transiever-Modul, Funk-Modul. Dann die ganzen anderen Bauteile, was man halt hier so braucht. Schwingquartz und alles, was halt so dazugehört. Also der Andreas, der ist aber, muss man auch dazusagen. Ich glaube, er hat mir da schon geschrieben, seit die 80er Jahre oder was ist der da schon in dem Bereich unterwegs. Also das ist jetzt definitiv kein Anfängerprojekt mehr, muss man ganz klar dazusagen. Aber auf der einen Seite ist es auch wieder eine Möglichkeit mal zu zeigen, wenn man sich hier ein bisschen mit dem ganzen Mikrocontroller-Zeug und so beschäftigt, dass man da schon viel bauen kann einfach selber. Also es ist schon viel möglich. Display hier mit Wasserfallanzeige. Also da gehört schon einiges dazu. Und er hat auch hier schon einmal einen Vorläufer. Genau, das war hier der. Sieht man gleich auf den ersten Blick, ist ein bisschen kleiner. Auch das Display hier noch, ja, sage ich mal, recht klein im Vergleich zu dem. Also es war ja eher noch ein Minimalaufbau. Aber auch hier schon selber die Platine gefertigt. Und ja, eigentlich alles dabei. Also jede Menge Schnittstellen und da kann man wirklich dann sehr viel draus machen. Ein Speicherkarten-Slot hier auch schon. So sieht das Gerät nochmal von oben aus. Hier von vorne USB-Schnittstelle, Reset-Button. Für alle, die sich da interessieren, der Andreas, der hat sich hier wirklich Mühe gegeben. Also da hat er wirklich einen sehr langen Artikel geschrieben und auch ziemlich genau beschrieben. Falls da es jemand interessiert, wie das so mit diesen ganzen Chips und so funktioniert und was er da genau alles machen kann, schaut euch das dann einfach in Ruhe durch. Das nächste Projekt kommt von Aaron und der hat sich da ein Schließfachsystem gebaut. Es dürfte noch einer von den Jüngeren sein, die hier zuschauen und der hat sich das hier für die Schule gebaut. Und die Teile, die er hier hat, das ist ganz interessant, die hat er auch so einen CD-Laufwerk. Und da kann ich euch nur sagen, es ist immer so eine praktische Idee, so CD-Laufwerke oder auch ein Drucker oder so. Also wenn man da alte, defekte Geräte hat, nicht wegschmeißen. Ich würde hier mal reinschauen, die Motoren und die ganze Mechanik und so, das ist Gold wert. Da kann man schon noch einiges rausholen. Genauso wie aus den Akkubohrmaschinen, wo unser Imker den Motor rausgeholt hat. Genauso ist es auch hier mit dem Laufwerk. Und das ist bei ihm hier die Schließmechanik. Ja, wie sieht das aus? Der hat hier einen Arduino Nano laufen und ich glaube, er hat hier auch irgendwo einen Schalter. Ja, genau. Und er hat hier eine Motortreiberstufe drauf, hier ein RFID-Modul, einen Arduino Nano hat er dann hier. Und einen Taster, wobei der Taster, das ist ein Microswitch, so ein Positionsschalter, wo er dann checkt, ist die Türe offen, ist die Türe zu. Und das Ganze wird halt hier über den Controller gesteuert. Also im Grunde ein sehr einfacher Aufbau, aber hat vollkommen seinen Nutzen und seine Berechtigung. Und genau, so sieht diese Platine jetzt hier fertig aus. Und er hat mir auch hier ein kleines Video dazu gegeben. Ich hoffe, das funktioniert jetzt hier, wo man sich das Ganze mal anschauen kann. Genau. Microswitch, der Arduino und hier hat er jetzt diesen RFID-Deck. Und man sieht schon hier, es geht auf. Ich werde das hier ein bisschen größer machen, dann sieht man hier mehr. Und dann schließt das Ganze wieder, sobald die Türe wieder zu ist. Hier nochmal der Öffnen-Vorgang. Und hier wieder das Zusperren. Ja, finde ich ein sehr praktisches, kleines, cooles Projekt. Und vor allem auch das Schöne daran, ja, das kann man dann so aus, fast kann man sagen, Abfall realisieren. Ja, also unbedingt kann ich nur empfehlen, solche alten Sachen, wo Mechanik und so drin ist, wo Motoren drin sind. Schaut mal rein, da findet man viel Wertvolles. Das nächste spannende Projekt kommt von Walter und der hat sich hier eine Wetterstation nachgebaut oder eigentlich meine Wetterstation nachgebaut, aber hat die halt hier schon um einiges noch erweitert oder verbessert. Ich weiß das deswegen, weil er hat das im Sommer, hat er hier mir eine E-Mail einmal geschrieben, weil er da eine Frage noch zu einem bestimmten Thema gehabt hat. Und jetzt hat er das Projekt halt hier eingereicht. Was ist das? Er ist Landwirt und hat hier zur Überwachung von seinen Feldern für die Wetterdaten so eine Wetterstation gebaut. Und hat auch gleich hier noch eine Kamera reingepackt, wo er dann hier die tatsächliche Lage auch beobachten kann. Das Ganze auch schön outdoor-mäßig hier in einen Schaltschrank verbaut. Hier drinnen in der Box befindet sich so ein UMTS-Stick. Das heißt, die ganze Station arbeitet über LTE, glaube ich, hat er. Ja, LTE, aber UMTS, der GSM, das ist ja sowieso dann alles dabei. Hier oben, da kommt noch der Messkopf drauf, so wie bei meiner Arduino-Wetterstation, den ich da gezeigt habe. Den hat er hier momentan anscheinend noch nicht drauf, aber das hat er gesagt, wird hier noch aufgebaut und hier das Windrad. Interessanter ist es sicher, wenn wir hier mal reinschauen in die Station selbst. Das ist hier nochmal die Kamera. So sieht es jetzt innen aus, ist ein Arduino Uno. Der läuft jetzt hier über Ethernet, genauso wie ich das gezeigt habe. Und hier hat er jetzt noch ein Display dazu gemacht, wo halt die Temperaturwerte drauf sind. Und da hat er W, wird Windgeschwindigkeit sein, Temperatur, dann der Luftdruck und hier die Feuchtigkeit. Und hier oben ein kleines Boti wird wahrscheinlich für die Kontrasteinstellung sein. Genau, und so sieht das von weiter weg aus. Das heißt, er hat hier direkt die 230 Volt im Schaltschrank und dann gibt es hier auf der Seite noch so einen Router. Und da hängt jetzt wahrscheinlich die Kamera drauf und der Arduino. Und wahrscheinlich hat er dann hier ein Board-Forwarding oder wie auch immer. Es hat er jetzt nicht geschrieben, wie er da auf die Kamera zugreift. Das wäre noch interessant zu wissen. Und mit den Daten, die sendet er sich halt hier auf so einen kleinen Server. Und das wird dann so in einer MySQL-Datenbank gespeichert. Ja, finde ich ein sehr cooles Projekt. Vor allem die Konstruktion ist nicht schlecht. Das letzte Projekt ist auch mega spannend, aber das ist von mir. Und ich habe eigentlich nie Gelegenheit dazu gefunden, euch das mal zu zeigen. Und zwar, ich habe ja selber ein Smart Home System. Und ich zeige euch das jetzt hier mal. Das ist schon älter, also das läuft jetzt dann schon über fünf Jahre bei mir. Und das läuft auch auf so einen Arduino. Auf einen Arduino Mega mit einem Ethernet-Schild. Und das hier ist jetzt die gesamte Steuerzentrale für mein Smart Home. Was die jetzt macht, werde ich euch gleich zeigen. Und zwar ist das mit einer Photovoltaikanlage gekoppelt. Das heißt, überwiegend läuft das hier mit Sonnenenergie. Vor allem halt im Sommer. Und ja, wir haben hier oben einen Steak-Laderegler. Ist jetzt nichts Besonderes. Wir haben hier einen Spannungswandler. Das heißt, ich kann auch hier zum Beispiel der Kühlschrank oder so Sachen. Die lasse ich oft gerne hier dann im Sommer mitlaufen. Das geht sich aus. Wir haben hier noch ein paar Sicherungsautomaten. Wir haben hier ein paar Leistungsschütze. Die kommen so aus dem Industriebereich eher. Und ich habe ja in jedem Raum, ich zeige euch das auch gleich, so LED-Strips. Ich zeige euch das mal hier zum Beispiel. Das ist ja hier bei mir. Das kennt ihr, wo meine Videos kommen. Und wenn wir hier oben mal raufschauen, dann sehen wir hier so einen LED-Strip. Und das Ganze habe ich jetzt hier in dem Raum. Dann habe ich das im Keller. Dann habe ich das im Schlafzimmer und in der Küche momentan. Und die ganzen Sachen, also ich mache hier das Bild nochmal auf. Die ganzen Sachen werden jetzt hier über diesen Controller gesteuert. Und hier sind die einzelnen Relais. Das Ganze arbeitet mit 12 Volt. Und ja, hier sind noch ein paar Sicherungsautomaten. Ah ja, da haben wir noch etwas. Ein Netzteil. Ich habe euch ja gesagt, das Ganze läuft hier mit Photovoltaik. Kann ich euch auch nochmal zeigen. Sind zwar schon alte Fotos. Aber wie das aussieht. Das ist draußen. Hier ist die Photovoltaik. Da habe ich gerade ein bisschen umgebaut. Den Garten umgebaut. Und da sind jetzt vier so Paneele zu, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Sind das 100 Watt? Sind das 120 Watt? Auf jeden Fall sind die hier bei meinem Hochbeet vorne installiert. Und man sieht eh hier kommen die Leitungen. Da war das noch alles im Aufbau. Und mit den Leitungen, da gehe ich jetzt im Keller rein. Und das kommt dann hier bei meiner Smart Home Zentrale an. Zeige ich euch hier von außen nochmal. Das ist die Batterie. Die hat jetzt hier 225 Ampere Stunden. Also da geht schon ein bisschen was weiter. Und in dem Kasten. Der Kasten ist übrigens wieder von meiner TV-Senderanlage. Falls das Video wer gesehen hat, die ich euch gezeigt habe, die ich mal gekauft habe. Da war hier, das war der Sicherungskasten damals. Und den habe ich jetzt hier ausgebaut. Der ist jetzt bei mir quasi der Smart Home Controller. Vorne habe ich ein Display. Das sieht man hier leider nicht. Und hier sind auch hier drei so Taster, wo ich da so ein kleines Menü habe, wo ich auch über das Menü schalten kann. Und die wichtigsten Sachen halt hier ein und aus schalten kann. Und jetzt fragt ihr euch, wie sieht das aus oder wie kann ich das steuern? Das zeige ich euch jetzt auch mal. Hier haben wir noch den Kanal von Manuel. Das ist die Steuerzentrale. Das Ganze, was hier läuft, ist auf einem kleinen Raspberry Pi, ist ein HTTP-Interface ganz normal. Und das ist jetzt so ein vorgefertigtes Template. Einfach ein HTML-Template und das habe ich dann mit BHP halt hier weiterentwickelt. Und ich kann euch hier mal zeigen, zum Beispiel jetzt, wenn ich hier das Licht bei mir ausschalte. Ihr werdet das vielleicht in der Kamera sehen. Jetzt hat sich hier im Hintergrund was geändert. Jetzt habe ich es wieder eingeschaltet. Also da nur so ein kurzer Test, wie das funktioniert. Und ja, was habe ich hier noch? Die Verlaufsgrafik im Moment. Wir haben Winter, wir haben schlechtes Wetter, wir haben Schnee. Da kommt nicht viel Sonnenenergie. Und genau, mit dem Netzteil, da kann ich jetzt hier das zuschalten. Weil wenn jetzt hier Schlechtwetter ist, das zeige ich euch auch nochmal, und die Batterie leer ist, dann wird hier über dieses Netzteil die ganze Anlage gespeist. Was da noch drauf ist, da ist das Controller-Board für vorne fürs Display. Und da hängen noch Temperatursensoren und Spannungsteiler und so drauf. Alles die Sachen, was ich halt hier reinbekomme. Und wie schon erwähnt, das Ganze läuft auf einen Raspberry Pi. Das zeige ich euch auch noch. Das ist dann hier bei mir im Netzwerkschrank. Das ist hier dieser Raspberry. Und wie funktioniert das mit dem Arduino? Das ist ganz einfach. Und zwar habe ich hier die BHP-Schnittstelle auf meinem Webinterface drauf. Und die sendet dann einfach so DCP-Pakete runter auf dem Arduino und sagt ihnen, was halt hier der Steuerbefehl ist. Bei mir ist halt der Vorteil, ich habe das ganze Hausnetzwerk hier auf einer VPN auch hängen und kann dann mit dem Smartphone auch hier auf dieses Interface einsteigen und kann halt hier dann Schaltvorgänge durchführen und solche Sachen. Ja, das ist halt so. So, jetzt mein Projekt, da möchte ich kein eigenes Video machen, aber ich habe mir gedacht, das ist vielleicht mal interessant zu zeigen. Was ich da demnächst noch vorhabe, ist, dass hier die Relais ausgetauscht werden durch MOSFETs, weil dann kann ich die Lichter so schön dimmen und so. Vielleicht mache ich da mal eine eigene Platine oder so. Das habe ich noch vor. Auf jeden Fall, das funktioniert seit Jahren zuverlässig. Und ja, ist eigentlich auch recht einfach aufgebaut. Einfach so wieder ein Arduino-Projekt mit Netzwerk. Ich habe euch ja versprochen, es gibt ein kleines Gewinnspiel. Es gibt einen ESP32 zu gewinnen, genau drei Stück. Und hier ist so ein Online-Tool, wo ich jetzt eure Namen eintragen kann und dann wird halt hier verlost. Und schauen wir einfach mal, wer bekommt jetzt hier den ersten ESP32. Das ist der Aaron mit seinem Schließsystem. Gratulation. Der zweite geht an den Christian mit seinen Honigautomaten. Und der dritte ESP32 geht an den Walter mit seiner Wetterstation. Ja, ich darf euch gratulieren. Schreibt mir einfach eure Anschrift, dann bekommt ihr das in den nächsten zwei Wochen von mir zugeschickt. Und ja, ich denke, der ESP32, das ist eine gute Sache. Das ist ein Mikrocontroller, da habe ich WLAN dabei. Da kann ich schon das eine oder andere kleine Projekt machen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß damit. Das waren jetzt eure Projekte. Die Aktion ist, glaube ich, ganz gut angekommen. Und ich denke, es wird sicher wieder einmal sowas geben. Ich weiß auch, einige wollten mitmachen. Die sind einfach nicht fertig geworden. Und ich denke, es gibt sicher wieder einen Anlass, wo wir so eine oder eine ähnliche Aktion machen werden. Ein großes Dankeschön. Geht nochmal an alle raus, die mitgemacht haben. Und auch eine herzliche Gratulation an die Gewinner. Und ja, das war es jetzt mit dem Thema, würde ich sagen. Demnächst wird es wieder richtig kompliziert. Da geht es dann wieder um die Lora Payload. Und bis dahin, ich wünsche euch alles Gute. Euer Alex. Ciao. Ciao. Das war's.